guten tag hier ist der guzoa ok was ist denn das premium bedeutet diese folge wird richtig richtig krass also sprich ich setze mich ran hau da richtig mit der schneidarbeit und so weiter dann sofort rein und gibt mir richtig mega mühe das heißt also immer wenn ihr eine premium folge seht müsste man fast schon geld dafür verlangen also in dieser folge geht es richtig ordentlich zur sache lasst uns mal loslegen ja ich wurde von darth vader angegriffen ok ja so gucken wir mal bitte in den angriffslok wir haben bzw ich habe heute früh angegriffen guckt euch mal bitte auf die zeit vier stunden 11 vier stunden 14 15 19 23 also sprich in einer ganz ganz kurzen zeit mehrere angriffe hintereinander ohne boost kann ich euch versprechen ich brauche nicht irgendwas vom pferd erzählen wie kann ich das machen weil ich habe ja immer gequeenwalkt klar ich meine hier zwei townhall snipes ok aber warum ich den gesnipet habe zeige ich euch auch gleich und zwar habe ich mir gedacht beziehungsweise mit meinem bruder auch gesprochen mein bruder sagt auch ein naja ich nehme hier so 45 heiler und ich dachte mir auch mal kriegt hat nicht hin irgendwie und ich habe mich einfach wirklich mal angesetzt und probiert einfach noch sparsamer mit den heilern umzugehen dass man wirklich mehrere queen walks hintereinander machen kann und dann lohnt sich das natürlich noch viel viel mehr als immer nur einen einzelnen queen walk zu machen klar ich meine wenn ich natürlich irgendwie 3k kriegen kann dann verballer ich auch gerne mein ganzes pulver klar aber ansonsten ist das nur echt eine geile nummer wenn man einfach mehrere hintereinander machen kann jetzt schauen wir uns aber erst mal diesen an ich habe den einfach nur angegriffen wie gesagt gab auch nicht wirklich ihr seht es ja selber gab nicht mal kein beute bonus durchs rathaus gucken wir mal in die wiederholung rein zack da seht ihr gleich wie ich angegriffen habe ich habe mir gedacht okay der hat 400 dunkles okay wo stehen die bohrer und ich bin die ganze base abgegangen ich ist kommen ein bisschen dichter ran ich habe keinen bohrer gefunden der ist townhall 9 da hat ja auch die beiden expos der hat keinen bohrer gebt euch das bitte mal ich wirklich beim angriff ich dachte mir auch ich lasse jetzt einfach laufen ich dachte mir auch komm ich setze hier einfach irgendwie die queen dass ich das rathaus weg snacke und dann war es das weil ich das euch einfach mal zeigen wollte der ist ich sage mal naja ja stand rathaus 8 sage ich mal ja genau das ist rathaus 8 außer eben hier die expos und die minenwerfer aber der hat einfach mal keine fucking bohrer ich mein wie fehl ist er denn aber gut okay kann man natürlich auch machen so und jetzt gucken wir uns noch mal ganz kurz an wie das hier aus jetzt zum beispiel der das war jetzt der letzte da hatte ich dann natürlich nicht mehr viel das heißt ich hatte ihr seht selber die truppen hier vor ort so gehen wir mal schön rein ich hatte nur zwei heiler klar war natürlich die möglichkeit jetzt zu sagen gut okay ich gehe an einer stelle rein wo ich relativ viel loot bekomme das heißt hier und da musste natürlich erst die luftabwehr weg das heißt luftabwehr erst gekillt dann die heiler gedroppt klar war natürlich eine schwierige kiste hätte man jetzt mit einer fünf war queen nicht machen können klar aber wie gesagt man muss halt seine truppen kennen und jetzt habe ich auch gewartet aber habe dann auch gesehen okay die queen geht nicht auf def gebäude somit muss ich die ragen ganz klare geschichte habe das hier getan und sozusagen mein pulver natürlich in dem fall verschossen aber habe halt eben noch weiterhin den loot klar gemacht im im lx bereich zumindest und somit war der angriff für mich vollkommen safe das hat gepasst ich bin der meinung ich habe es sogar noch geschafft den dunklen bohrer genau nächste sache rage spell hier seht ihr es ich habe die auch schon in den letzten angriffen dann gar nicht mehr verwendet weil es wirklich ohne geklappt hat also wirklich wenn ihr das auch so mit dem queen walk machen wollt oder schon gemacht habt probiert das einfach geht da ja vorsichtig ran probiert das einfach nicht gleich immer wieder in rage raus zu ballern sondern vorsichtig weil kosten natürlich auch einiges an elixir so jetzt gehen wir mal ein bisschen schneller hier das wollen wir uns ja hier ich gucke mal gerade ob ich noch ich bin aber der meinung dann habe ich hier noch schön die luftabwehr gekillt und dann bin ich glaube ich noch ans dunkle genau da habe ich mir sogar noch das bisschen dunkle gezogen und dann habe ich abgebrochen weil es mir gereicht hat hat er noch nicht mal ein schild bekommen andere werden jetzt natürlich sagen warum dann gibt ihm doch wenigstens ein schild nein hatte ich keinen bock jetzt gucken wir uns den anderen noch an eben auch ein ganz normaler queen walk sag ich mal ich lasse den mal easy laufen hier der hatte seinen elix draußen wo man auch sagt okay auch nicht irgendwie aufs de bezogen hier kleine sache noch mal hashtag graf der graf hatte mich ja dazu noch mal animiert und hat gesagt ey komm beachte doch mal bitte oder schenkt dem king doch mal ein bisschen mehr beachtung und das ist schon richtig ich habe das sonst immer so wirklich gemacht so so wie ich es hier gesehen habt aber ohne die heile halt dass ich gesagt habe gut okay kommt den king job ich einfach irgendwo und dann ist mir das egal aber ganz ehrlich der king kann einfach auch viel mehr besonders wenn man jetzt zum beispiel bartscht dann noch mal den king in der richtigen zeit wirklich rein rennen lassen dann kann der natürlich echt mega viel und jetzt hier in dem bereich einfach wirklich durch ein paar heiler unterstützt guckt mal hier klar die sachen weggegiftet und den heilen den den drache auch ohne probleme überstanden ohne meine queen zu ragen das passt also auch wie gesagt wenn man weiß was die queen kann ist das nicht das thema so queen bereitet sich vor jetzt kleinen moment jetzt natürlich hier den bereich musste ich noch klieren durch barbaren weil die gefahr dann einfach gewesen wäre dass die sich eventuell nach dem sammler hätte sie sich garantiert noch die goldmine gesnackt aber dann hätte es halt sein können dass er raus nach draußen läuft wieder wegen dem anderen sammler das habe ich natürlich unterbunden und mein king geht auch rein und holt sich glaube ich sogar noch das dunkle das war eine ziemlich geile nummer und da sieht man halt auch wieder der king ist doch noch wichtig oder holt das sich doch nicht mehr schade ja verkackt ja aber wie gesagt also da sehe ich echt wirklich einen sinn drin kommen mit dem auf dem king muss ich halt wirklich noch ein bisschen mehr achten und dann passt das so jetzt hier draußen noch mal weiter gekliert queen ja eine 3er queen die da passiert gar nichts die heiler auch ganz hier guck mal ich habe auch noch schön zwei heiler die ich ja dann in dem anderen angriff den ich euch schon gezeigt habe dann verwenden konnte und dann lief das hier noch das dunkle dann auch noch weggezogen und dann passte das so möchte ich das und wie gesagt probiert es einfach aus wenn ihr selber eben schon queen walks gemacht habt einfach ein bisschen weniger ressourcen klar dann kann man natürlich teilweise auch nicht die richtig fetten gegner angreifen bloß ganz ehrlich da greife ich doch lieber zweimal so einen an habe sage ich jetzt mal 500k loot plus naja 700 ist jetzt wirklich ein bisschen wenig aber ich sage jetzt mal plus ein tausender dunkles das dann aber zweimal habt dann einfach mal eine mille und 2k dunkles ist ja auf jeden fall besser als wenn ich jetzt zum beispiel bei einem raid jeweils 100k von gold und elix mache und zum beispiel 3k dunkles denke ich mal ist einfach für die anderen ressourcen halt auch ein bisschen netter dann soll es das auch jetzt schon gewesen sein ist eine etwas kürzere folge bloß wie gesagt glaubt mir ich habe im schönen schneiden genug zu tun gehabt wenn es euch gefallen hat hat wie gesagt gerne daumen nach oben und haut das einfach mal raus in die kommentare hashtag premium wenn euch das gefällt dann wird es sowas immer wieder geben und ich denke mal das ist eine richtig coole nummer das war es von mir ich bin raus ich wünsche euch was tschau tschau